Jetzt bin ich auf dem Grauplatz von Papa. Geht mir ein kleiner Vogel, du immer rüppig dort hin. Tschüss! Jetzt bin ich auf dem Grauplatz von Papa. Ich bin auf dem Grauplatz von Papa. So, Herr Bucchi, jetzt hat er gesehen, dass ich Filme und Fotos mache. Hat er sich extra gestreckt. Geschenktüte. Ich bin auf dem Grauplatz von Papa. Ich bin auf dem Grauplatz von Papa. Ich bin auf dem Grauplatz von Papa. Komm Micke. Komm, Micke. Komm, komm. Komm, komm. Komm, Micke. Ja. Es ist immer so schön ruhig, kissen und kuscheln und legt immer seinen Arme, seinen Kopf in meinen Arten, in meinen Schoß. Ah, so süß. Und es ist so gefreut, es ist so groß und schön und störtlich, sagt man nicht wirklich. So ein schöner Geist, und es stinkt gar nicht. Nein. Tschüss. Schöne Überschirm Shallbe. Schöne fülle. Schöne fülle. Schöne fülle. Hier kommt das Band. Ich habe zuerst noch geguckt. Jetzt so. Das ist ein grosser Bock. Wir haben noch nie so einen grossen, schönen gehabt. Der ist ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, der hat gerne. Er ist so ruhig, jetzt ist er hier zwei Monate da. Er macht Babys, ja, ja. Gell, Bocki? Jedes Jahr haben wir einen Bock. Und dieses Jahr haben wir ganz einen grossen, ruhiger. Ja, so süß. Das stinkt auch nicht so fest. Ganz schön. Tschüss. Wir gehen aber nicht durch, oder? Jo. 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 Ich kann. Sieht fast aus wie ein Film. Und der so schön ruhig. Heim, Bocki. Und der schaut schön für die anderen. Herr Bocki. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich euch vorstellen? Das ist mein Huhn. Ich habe jetzt sechs Hühner. Und die sind jetzt an den Beinen gelärmt. Jetzt pflege ich sie immer ein bisschen. Ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriegt sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlege, kann sie nur ein bisschen nach vorne krabbeln. Luftflugflüge kommt. Oder geht das Flochen? Kommst du jetzt und gehst da raus. Du gehst da raus. Göttisch. Und du da raus. Und du gehst da raus. Ich habe noch nicht so etwas komisches erlebt. Ja. Geht. Und du spielst. Das ist ein Hüttchen. Und das ist Herrte. Hallo Herrte. Happy New Year! Happy New Year! Es ist irgendwas lebendig. Oh, jetzt geht es jetzt die Blumen los. Die schöne Alpina bischen. Ich habe schon zwei. Wie schön. Zwei grosse, relativ grosse. Tschüss. Es ist nicht das, was wir wollen. Das ist das, was wir wissen. Goldenshübert! Das ist Goldenshübert! Der immigration ist ganz schön. Hi, Monday morning. Lilla Jettan, lilla Jettan, lilla Jettan, lilla Jettan, annars tar jag dig. Tschüss! Es ist Hülle, es ist so kalt gewesen, es ist Himmelgebaden, Paradies. Sonne und das Wetter ist gut, ich habe gefroren. Ich habe ihn vorhin. Ich habe ihn vorhin. Tschüss! Mein grosser Hecht. Lilla Jettan, annars tar jag dig. Schönen Sie Briden? Viele Pilze. Aber ich habe noch nicht so viele Pilze gefunden. Ich habe ihn vorhin, ich habe ihn vorhin. Schönen Sieben! Schönen Sieben! Ich habe ihn vorhin zu tun. Schönen Sieben! Schönen Sieben! Mein liefer Hull! Hallo, jetzt ist es, wo ich jetzt mal schauen muss, was ich da sind, glaube ich. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Jetzt war ich Busse. Vem kann segla för utanwind, vem kann ro utanloros. Busse all der Stelle. Bussensuck, tschüss. Hi, Strip Parade. Ich gehe jetzt ins Strip Parade und das Wetter ist schön. Ich freue mich. Jetzt gehen wir mal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Jetzt bin ich gespannt. Ich gehe noch kurz zu schauen. Jetzt bin ich heute spannender. Nein, nein, ich bin einfach gespannt, was es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann anders machen. Vielleicht mit der Freundin oder Freundin. Tschüss. Nachher. Oh, wo du siehst? Nein, gib ihm zum Beissen, weisst du. Ich komme wieder rein. Cool. Hier kommt Grapp von Ecuador. Grapp von Blubkappen Geröse. Farbe som ich nicht will, war stor. Tschüss. Ar целes. Ich gehe noch kurz. Ich bin kein 안녕er Ort für den Weg. Ich bin kein Echt. Ich bin kein Echt. Nichts allein. Ich bin kein Echt. Das ist nicht. Ich bin kein Echt. Ich bin kein Echt. Vielen Dank.